Was ist das Besondere an WinVenture? Das Besondere an WinVenture ist, dass man wirklich teilhaben kann am Weinprozess. Und Wein ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Und ich glaube, viele Weingenießer möchten gerne näher ran. Viele haben, glaube ich, auch den Traum, selber Wein zu machen. Aber das ist ja viel, viel schwieriger, als man denkt. Aber selber näher an dieses faszinierende Produkt zu erfahren, wie es hergestellt wird, wirklich hinter die Gardinen gucken und selber Teil des Ganzen werden. Das ist, glaube ich, das, was sich viele wünschen. Und WinVenture ermöglicht das den Fans, die sich an diesem Projekt beteiligen. Das ist die Sicht der Fans. Aber für die Winzer ist es so, dass viele starten. Es gibt Weingutsübernahmen, es gibt komplette Neustarts. Und dann ist man da in dieser großen Welt des Weins, hat ganz viele Fragen. Wie führe ich meinen Betrieb? Wie arbeite ich im Weinberg? Was mache ich im Keller? Wo ist vielleicht eine Nische, wo ich hin kann? Was möchte ich eigentlich selber? Also was ist der Wein, den ich produzieren möchte und produzieren kann? Also ganz, ganz viele Fragen, die man als junger Winzer mit vielen Ideen hat. Und da ist WinVenture da und hilft und nimmt auch mal an die Hand und sagt, wir haben die Kompetenz.